Ich finde, das ist, deckt sich für mich irgendwie so mit dem Decentralized Command Konzept von Jocko, wo es ja genau darum geht, dass man, also wenn man vielleicht jetzt zwei Konzepte irgendwie zusammennehmen möchte, also einerseits natürlich diese Dichotomie von dem Decentralized Command bedeutet, dass man auf der einen Seite alle Ebenen empowern kann, dass sie, wie du es jetzt quasi beschrieben hast, die Entscheidungen zunächst selber treffen, dass sie mal versuchen, das auf einer kleineren Ebene zu fixen, aber gleichzeitig, dass es schon diese Balance geben muss, dass wenn dort klar wird, dass irgendetwas nicht so funktioniert, wie man es auf der ersten Stufe lösen wollte, dass man dort natürlich weitergehen kann im Leadership und sagen kann, wir müssen das auf eine andere Stufe bringen, weil wir sind fertig. Aber du hast ganz viele schöne Dinge erwähnt in dem Prozess, vor allem eben natürlich diese ganze Transparenz und diese Offenheit auch bei den fehlgeschlagenen Lösungsversuchen, weil das ist natürlich, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, wenn ich nicht quasi ein perfektes Bild von dem Feld habe, dann kann ich auch nicht an weiteren Lösungen arbeiten. Und wenn mir dann irgendeine Ebene vielleicht, da jetzt einmal ein sehr, sehr grobes Wort verheimlicht, dass sie das schon probiert haben, dann steckt vielleicht dort die leadership Position Energie rein, um diese Lösung vorzuschlagen und stellt sich dann raus, naja, aber das haben wir doch schon probiert, hat nicht funktioniert. Und dann ist wieder so ein Negativ-Cycle da, wo man einfach nicht weiterkommt, wo man dann eher dazu tendiert, wieder emotional zu werden, weil es einfach frustet sozusagen. Und da finde ich das sehr schön, dass man das tatsächlich sowohl versucht, natürlich selber zu lösen, weil that's the point, also man muss ja Verantwortung dafür übernehmen, wo man zuständig ist, aber gleichzeitig dann natürlich mit einer Offenheit weitergeht und sagt, wir haben es nicht geschafft, das haben wir versucht, wie geht es jetzt weiter, gehen wir am besten woanders Hilfe holen. Und dann spielen wir das dort einfach weiter. Und wie du sagst, das ist ja dann wieder eigentlich ein sehr schöner, natürlicher Prozess, der dann passiert, weil man probiert, dann entscheidet man sich quasi etwas Neues zu probieren oder woanders anzufangen, weil es nicht geklappt hat, dort wird es auch nochmal reflektiert und dann kann man halt einen neuen Lösungsansatz entwickeln. Und dann geht es am nächsten oder am übernächsten Tag in diesem neuen Prozess weiter. Und das finde ich eine sehr schöne Beschreibung von diesem Kreislauf, den man da dann weitergeht.